Oh, das ist nicht gut. Engines gehen runter. Okay. Speed is below Green Dot. Ja, auf dem Engine flame out. Open Descent, Alt, Blue. Zack, Mayday, ja? Ja, die Klärmörder sind. Lufthansa 350, Mayday, Mayday, Mayday. All Engine flame out. We are descending Flight Level 100 on present heading. Und ich gehe auf Green Dot Speed. Roger, Lufthansa 350, Mayday declaration is copied. Descent Flight Level 100, make it a left turn heading 210, please. Left heading 210 on this heading, send Level 100. Open Descent, Alt, Truth, Blue, heading. Engine all engine flame out. Start Procedure. Engine all engine flame out. Land as up Red. Rad manual on. Confirmed. Confirmed. Optimum Relight Speed 250 knots. Können wir jetzt noch nicht fliegen. All Trust Leavers idle. Idle. Autopilot Flight Direct is available. Diversion initiate is initiated. Ja, wir fliegen nach Olli. APU Auto Start in Progress. Ja. Stimmt. Engine Auto Relight in Progress. Ja. Also ein Versuch selber, okay? Okay. FMS switching both on one. Okay. Use VHF one. Crew Oxygen masks above flight level 100 use. Ja. Bleibt uns nichts anderes übrig. Bleibt uns nichts anderes übrig. Wolltest du mich hören? Ja, ich höre dich. Hör mich auch, ja? Ja. Ja. Hör dich auch. Lufthansa 350 mayday, request hitting 250 and down Olli. We have no engines. This is copied to the Lufthansa 350, make it a right turn heading 270, 270 for final runway 24. Roger, look down the three sides here, heading 270 for only too far. Roger. 30 seconds. Okay. All engines off. Ja, es geht weiter aus. Okay. So, flight to kung fuhr bei Chambit 1 an, okay? Engine monitor. Lufthansa 350 in the descent, we still have no engines. That's copied. How many different parts do you need, Lufthansa 350? Lufthansa 350 present, we have proceed straight inbound for runway 24. Wenn wir jetzt so weiterfliegen, Schaffer sogar ohne engine. Tja, also der. Engine 1 is on, engine 2 is off. Okay. Emergency descent. Must be with either disregard speed rigs, ja? Ja, deswegen kann ich nicht an. Ah, da tut sich was. Okay, sieg gut aus. So, was haben wir denn jetzt? Jetzt sind wir in Level 150 und haben noch 30 Meilen. So. Der läuft. Okay, das ist zu. Okay. Okay. Confirma. Okay. Confirma. 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 Descending 4,000. Lufthansa 350, we make it 360, defending 4,000, 1,0, 1,0. Confirma. Ah, this is approved. Make it a left turn or a right turn. Your choice. Lufthansa 350, we're in a right turn, a right turn, defending 4,000, 1,0, 1,0. So, wir haben jetzt gleich Zeitlevel 100, noch dein Auto wieder nach. Passport. Können wir abnehmen. So. Reset. 2000 feet to go. Ja. So. Okay. So, just for info, we seem overweight. It's no big deal, no. Lufthansa 350, clear to land. Lufthansa 350, clear to land, runway 24. Okay. And we stay on the runway. Runway condition dry. Landing checklist is complete. Danke. Like, um, let me get one. Runningordination. Seven. Seven. Eight. Thirteen. 인Tơn Three. Star. ja wunderbar super das war jetzt einfach doch das ist ein feines flugzeug super also ehrlich oder ja das wollen wir hören nee aber echt klasse super slightly exciting